Freni Schneider hatte sich für dieses Rennen viel vorgenommen. Nach dem ersten Lauf lag sie jedoch nur an vierter Stelle und zweifelte. Die Nervosität war Freni Schneider nicht anzumerken. Sie schaffte erneut einen setz-nationellen zweiten Lauf und setzte sich vor Christine von Grünigen an die Spitze und meinte «Ich habe alles. Ich möchte keine Kurve mehr fahren.» Fahren mussten nur noch andere. Fehler wie diese liessen auch die Österreicherin Elfi Eder hinter Freni Schneider zurückfallen. Dennoch eine tolle Leistung von Elfi Eder, die für die wahrlich nicht vom Erfolg verwöhnten Österreicher die zweite Alpine Medaille holte. Bronze gewann die Slowenien-Katia Corinne, die nach dem ersten Lauf überraschend führte. Bis es soweit war, mussten jedoch noch bange Sekunden ausgestanden werden. 1.56.01. Es wird ganz, ganz knapp und es reicht nicht. Vreni Schneider ist Olympiasiegerin. Vreni Schneider ist Olympiasiegerin. Hier in Lillehammer. Lillehammer! Wetter gewinnen der Gold Medal, Wainkeur de la Medaille d'Or, Fräni Schneider, Suisse.